Neuer Money Glitch und wir können den Panto wieder benutzen. Voll geil! Hallo, in der Gala auch noch! Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und heute habe ich mal wieder einen neuen Unlimited Money Glitch für euch, bei dem ihr auch wieder den Panto benutzen könnt. Erstmal muss aber gesagt werden, dass der Glitch auf dem Glitch basiert, den ich zuletzt hochgeladen habe mit diesem One-on-One-Destmatch. Geht jetzt als allererstes mal hin und tötet euren Kumpel und wartet, dass der euch die Einladung zum One-on-One-Destmatch schickt. Wenn er das dann getan hat, fahrt einfach mit gezogenem Handy auf eure Garage zu und wenn ihr an der Garage gerade ankommt, klickt ihr auf Annehmen. Steigt jetzt aus und wartet einige Zeiten, dann seht ihr auch schon, dass vom Himmel ein zweiter Panto runterfällt. Am Steuer dieses zweiten Panto sitzt jetzt dann eine Figur, die genauso aussieht wie ihr und die mich jetzt hier wieder aus dem Auto rausgezogen hat. Diese müsst ihr dann im Zweifelsfall dann nochmal töten und jetzt könnt ihr in den Panto wieder einsteigen und losfahren. Dieses Mal fahren wir allerdings zu keinem Joblistepunkt auf der Karte, sondern wir fahren zum nächstgelegenen Los Santos Custom. Auf dem Weg dorthin brechen wir dann einfach noch dieses One-on-One-Destmatch über das Handy ab. Das können wir einfach tun auf Handy, Jobliste und dann Viereck drücken. Jetzt fahren wir dann ins Los Santos Custom rein und tun auf das Auto dann einen Peilsender drauf machen. Den Peilsender findet ihr in der Kategorie Schutz vor Diebstahl und Verlust und findet sich an 11. von 22. Stelle wieder. Hier gehen wir aber auch nicht auf die Vollkasko-Versicherung, denn wir wollen das Auto ja einfach nur verkaufen und das würde uns dann wieder Geld vom Gewinn hinterher abziehen. Habt ihr dann einen Peilsender auf euer Auto gelegt und ihr steht wieder draußen vom Los Santos Custom, dann werdet ihr aus dem Panto rausgeschmissen und immer wieder, wenn ihr versucht einzusteigen, werdet ihr erneut rausgeschmissen. Egal wie oft ihr da jetzt noch versucht einzusteigen, so wie ich das hier gerade mache, um euch das zu zeigen, ihr werdet immer und immer wieder rausgeschmissen. Geht jetzt wieder zu eurem Original-Panto, den mir jetzt hier gerade ein Kollege bringt und fahrt mit diesem dann einfach in die Garage. Wenn ihr dann jetzt gleich mit eurem Original-Panto zurück in die Garage gefahren seid, werdet ihr sehen, dass in eurer Garage zwei Pantos drinstehen. Der eine ist natürlich der Originale, mit dem ihr jetzt gerade reingefahren seid und der zweite ist der Panto, aus dem ihr die ganze Zeit rausgeschmissen wurdet, der auf dem wir den Peilsender gelegt haben. Und auf den, dem wir den Peilsender gegeben haben, mit dem fahren wir dann wieder runter zum Los Santos Custom und verkaufen den für um die 220.000 Dollar. So, dann wollte ich noch eben ganz kurz einige Punkte ansprechen, dass der Glitch auch wirklich klappt. Was sehr wichtig ist, ist, dass ihr wirklich wenigstens einen freien Platz in der Garage habt, denn wenn die Garage voll ist, dann funktioniert der Glitch nicht. Und am Anfang braucht ihr natürlich noch die Hilfe von eurem Kumpel. Diesmal erspare ich euch jedoch die Sicht des Kumpels, weil der muss diesmal einfach kaum etwas machen, außer sich erschießen lassen und dann ganz kurz warten, dass die Respawn-Leiste sich ungefähr bis zur Mitte füllt und dann erst Viereck drückt. Und drückt er zu früh Viereck, wird der Glitch höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass ihr die Einladung des One-on-One-Death-Match erst dann annehmt, wenn die Schnauze eures Pantos gerade das Garagentor berührt. So, wenn ihr euch jetzt genau an das haltet, was ich euch gesagt habe, denke ich mal, dass der Glitch bei jedem von euch zu 100% funktionieren wird, denn er ist wirklich super einfach. Es sei noch nebenbei erwähnt, dass dieser Glitch hier keinen Bypass hat, das heißt, wir können nur alle 45 Minuten ein Panto verkaufen und wir können mit diesem Glitch keine Pantos unseren Freunden rübergeben. So, meine lieben Freunde, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte hier zu diesem Glitch. Ich bin jetzt so langsam raus. Ich würde mich über den Daumen nach oben freuen, wenn ich dir mit dem Glitch-Video etwas Neues zeigen konnte. Ich würde mich über ein Abo freuen, dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online. So, ich bin jetzt raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, haut rein und ciao! No!